Oh ja, es fühlt sich leider nach 30 Jahren an. Never give up. Ja, spontan fällt mir ein, es gibt eine Geschichte, wo wir ein ganz besonderes Finish für Sohlen haben wollten, in einem Mahagoni-Braun und haben das vor Ort in der Fabrik auch so entwickelt. Als die Kollektion schlussendlich dann uns zugeschickt wurde, haben wir festgestellt, dass alles so nicht mehr in diesem Braun war, sondern in einem Knallgelb. Es war natürlich viel zu spät für die Messe, das noch zu ändern. So mussten wir also die Schuhe so präsentieren, haben dann aber festgestellt, dass es den Kunden wahnsinnig gefallen hat, dass es als etwas Besonderes angesehen wurde. Mein Lieblingsreiseland, Südfrankreich. Mein Lieblingsessen, naja, es wäre glaube ich sehr, sehr langweilig, wenn man nur ein einziges Lieblingsessen hätte. Ja, Design ist etwas, was sich permanent entwickelt. Offensein für etwas Neues, das sind glaube ich die elementarsten Grundelemente, um Design überhaupt Spannung zu machen. Reisen, ganz viel Reisen, ganz viel Kultur, auch über den Tellerrand schauen. Es geht heiß her, aber nicht beim Kreieren der Kollektion. Da sind wir uns einig, nahezu 100 Prozent. Mir fällt ad hoc jetzt nicht eine Kategorie ein, wo ich sage, das ist jetzt furchtbar nervig. Wenige, aber ja, klar. In dem, was wir tun, natürlich nicht. Aber jeder hat so seine Spezialität und das ist auch gut so. Ich glaube, das ist nicht anders wie in anderen Familien. Auch andere haben einen anstrengenden Job, dem sie nachgehen müssen. Wenn wirklich ein großer Wille da ist und eine Leidenschaft, dann kann ich mir das gut vorstellen. Sie müssen hier nicht mitarbeiten. Sie dürfen. Sie können. Never give up. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist das, was ich will. vì es ist so schön. Du bist eine Farbe, diese Farbe, diese Farbe und daselt für den Darau.